Ein Abend für Dessert! Tiaki Tee! König! Dir gibt's den Tor! Was für ein unglaubliches Zweifel! Ja, Kiki Tee! Oh, ein sensationelles Tor! Ja! Und jetzt steht's 2-2-3! Ja, Kiki Tee macht sein Treffer! Hier ist beim FC wieder Konzentration gefragt! Denn viele Fee bei den Aktionen der Gäste mit Ansage! Diaki Tee! Ja, Kiki Tee! Ja, Kiki Tee! Ja, Kiki Tee! Bakari Diakiti mit dem 1-0 für den SVB! Ja, Kiki Tee! 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 Ja, Kiki Tee!